Und Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Video. Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Ich hoffe, ihr habt sie alle gut überstanden. Jetzt am Wochenende ist hier schön viel Zeit zum Clash und auch ein bisschen zum Zocken, die Geschenke auszuprobieren. Und im ersten Schritt vom heutigen Video wollte ich euch natürlich auf den ersten, auf den aktuellen Stand so rumbringen. Was bei meiner Base-Up geht, es ist jetzt insoweit wieder alles gemaxt, was das Update anging. Also ich habe jetzt alle meine Elixiersammler und Goldminen auf Level 12 gebracht, was ja, es insgesamt 15 Tage gedauert hat. Upgrade waren jeweils 5 Tage, 5 Bauarbeiter hat man, 6 Minien gibt es von jedem, also 12 Stück gibt es, 5, 5 und 2 habe ich dann geupgradet. Und jetzt nach 12 Tagen, nach 15 Tagen habe ich dann auch alles fertig geupgradet, was ich denke, ja, doch eine sinnvolle Sache war und wo ich mich auch zu befreue. Und jetzt ganz klar gilt der Fokus noch den Mauern, wo wir direkt wieder mit 2 Mauern loslegen können. Also wir können hier gleich mal die erste auf 7 bringen, von 7 auf 8 so rum und machen im Zentrum weiter von 8 auf 9. Was wirklich auch aktuell gut klappt, gerade durch den Boost, den es eben gab, richtig feine Sache, kommt man richtig gut an Ressourcen dran. Und auch wenn ich nicht so viel Angriff habe, der letzte Loot im Stream war richtig, richtig nice, da konnte ich glaube, ich glaube, 2 oder 3, 1 Million Maustücke und 4 oder 5, ähm, 500.000 Maustücke. Und was ihr vielleicht auch hier schon seht, ein dritter Weihnachtsbaum ist da, Geschenke Omas, 7 Stück haben wir an dem, an dem 1, 2, 3, 4, 6 und hier haben wir 1, 2, 3, 4, auch 6. Also es sieht auf alle Fälle nice aus und ganz praktisch, dass sie sich so außenrum verteilt haben, sodass ich sie nicht abbauen muss. Genauso ja auch meine Halloween-Grabsteine, keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist oder nicht, dass Supercell das so programmiert hat, dass sie sich eher im äußeren Bereich aufhalten. Aber mir soll es recht sein. Und ja, ihr habt wahrscheinlich den Titel schon übernommen, das eigentliche Thema des heutigen Videos soll sein, Feedback, Fragen, Kritik, Anregungen. Ganz klar, es gibt die Streams und wer da noch nicht dabei war, dem möchte ich es natürlich auch nahelegen. Auf Twitch heiße ich brennlichen Blaze und streame Montag um Donnerstag um 19 Uhr und sonntags um 19.30 Uhr, Clash of Glance. Das ist wirklich immer eine rege Interaktion, wo ihr mir Fragen stellt, wo ich auf eure Fragen eingehe, wo wir uns Clarenbo-Action anschauen und dergleichen. Und da kann man wirklich gut mit mir in Verbindung treten, kann mir Fragen stellen und die, die dabei waren, werden es bestätigen können. Ich bin da wirklich immer recht aktiv, habe hier neben mir immer den Mac am Start und alle eure Fragen offen, sodass ich die auch zu 90% beantworte. Aber es gibt ja sicher noch Leute, die kein Twitch mögen, die nicht auf Twitch dabei sind oder wie auch immer. Und ich habe jetzt unter einigen Videos, ich bin aktuell wirklich sehr, sehr fleißig am Kommentare lesen und beantworten, lasse also auch kaum einen Kommentar unbeantwortet. Und da habe ich rausgelesen, dass ein paar Leute mal wieder Bock auf eine FAQ hätten, die können wir hier, dass es nicht langweilig wird, im Hintergrund irgendeinen Angriff laufen lassen. Ich schaue mal, ob wir noch was mit fetten Loot haben. Ja, das schaut auch gut aus. Genau, und deswegen dachte ich mir, ich hatte ja mal früher mal eine Kategorien, wo es dann auch eine FAQ gab und ihr mir eben die Fragen stellen konntet. Das gab es lange, lange nicht mehr und ich habe mir gedacht, hey, wir machen mal einfach wieder ein FAQ-Video, wo ihr mir Fragen zu meiner Person, Fragen zu Clash of Glance, Anregungen, Tipps, Kritik unter dieses Video hier schreiben könnt. Und ich werde dann so, ja, ich denke eine halbe Woche, Woche das Ganze offen lassen und werde dann ein Video machen, wo ich eure Fragen beantworte oder eben auf Kritik oder Vorschläge eingehe. Also, wenn euch irgendwas auf dem Herzen legt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was für eine Kategorie, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, was auch immer, das ist eure Chance dazu. Wenn ihr nicht bei Twitch dabei seid, schreibt es mir fleißig in die Kommentare. Ich werde mir alle Kommentare durchlesen, die interessantesten dann raussuchen und die dann in einem kommenden FAQ-Video beantworten. Und dachte ich mir jetzt einfach so, zum Ende des Jahres hin nochmal eine schöne Möglichkeit eben, um mit euch in Kontakt zu treten, dass ihr mir da eure Fragen stellen könnt und wie auch immer. Ja, das war es wirklich heute ganz kurz und knackig. Was noch wichtig wäre, wer da Bock drauf hat, heute Abend um 19.30 Uhr, Sonntag, ganz klar wie es sein soll, wird wieder geclashed. Das heißt, wer da dabei sein möchte, Twitch-Brennerchen Blaze, ich verlinke es euch auch unten nochmal in der Infobox, könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, wenn ihr Bock auf mehr Clash of Glance habt, lasst doch gerne einen Daumen hoch da und auch ein Abo und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.